Dienstag, 30. Juni 1987. Endlich habe ich alle Beweise gegen die verdammte Bande zusammen. Ah, der zwei seid ja noch da. Wir haben jetzt kurz nach zehn. Die Kammerjäger sind da. Aber wir müssen jetzt das Polizario für eine Stunde verlassen. Jetzt schon? Dann sperre ich die Beweise nur noch schnell in die Asseratenkammer. Komm, ab jetzt! Die Kammerjäger sind da. Ja. Ja.